Hallo, ich bin Georg Schmeißer von www.rad-lager.de Heute stelle ich Ihnen die Premium Reiseräder von Tudara vor. Dieses Video kann Ihnen nur einen kleinen Einblick in die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten von Tudara geben. Ich hoffe, am Ende des Videos sind Sie genauso begeistert von Tudara wie ich. Liebhaber von klassischen Stahlreiserädern mit 28 Zoll oder 26 Zoll Laufrädern finden bei Tudara genauso ihr Traumrad wie Liebhaber von Rondonneur Rennlenkern. Die X-Over Modelle, hier das Tudara Outback, sind Reiseräder mit Mountainbike Qualitäten. Hochwertige Stahlrohre machen den Rahmen langlebig und stabil. Der integrierte Gepäckträger ist hochbelastbar und langlebig. Und bei den Expeditionsrädern aus rostfreiem Edelstahl. Die schlagfeste Mehrschichtpulverlackierung ist in vielen Farben möglich. Neben dem klassischen Rohloff Schaltgriff kann der Kunde auch Daumenschalthebel für Rohloff wählen. Einzigartig ist auch die Schalthebel-Bremskombination Shift-A-Road für Rohloff und für Pinion. Zum Laden von Navi, Handy und Co. über den Nabendynamo bietet Tudara verschiedene Möglichkeiten an. Ich biete die Räder wahlweise mit kraftsparendem Kettenantrieb oder mit wartungsarmen Riemenantrieb an. Genial gelöst ist das Spannen von Riemen und Kette bei Pinion über das Kippen des Getriebes. Nach dem Lösen der Schrauben kann man mit einer Stellschraube das Getriebe kippen. Dadurch kann der Riemen ganz einfach auf die vorgeschriebene Spannung gespannt werden. Und natürlich auch die Kette. Auch bei Rohloff ist das Spannen von Kette und Riemen genial gelöst. Schrauben vom Exzenter lösen. Das Spannen der Kette funktioniert einfach, wenn man einen den Imbus-Schlüssel in den Exzenter steckt und verdreht, bis die Kette oder Riemen die richtige Spannung hat. Schrauben wieder festziehen. Noch einfacher geht es mit einem Außenlagerschlüssel. Hier ist das Verdrehen des Exzenters besonders einfach. Zur genauen Einstellung von Ketten- oder Riemenflucht kann der Exzenter seitlich verschoben werden. Es sind Markierungen vorhanden. Freunde von Premium Reiserädern werden bei Tudera mit Sicherheit fündig. Vom klassischen Reiserad über die Rantaneur-Modelle mit Rennlenker bis hin zu den X-Auvo-Modellen mit Mountainbike-Qualitäten ist bei Tudera alles dabei. Wie bereits erwähnt, zeigt dieses Video nur einen kleinen Ausschnitt der Möglichkeiten. Gerne können Sie zu mir zu einer unverbindlichen Beratung und Probefahrt kommen. Oder besuchen Sie mich im Internet unter www.rad-lager.de Beachten Sie bitte auch meine anderen Videos. Besonders interessant ist der Wirkungsgradvergleich zwischen Kettenantrieb und Riemenantrieb.